So, da bin ich. Ich habe noch heute von heute Mittag ein paar Nudeln von heute Mittag gehabt. Mit Tomatensoße. Da habe ich noch ein bisschen Mais reingemacht. Wie kann man das sehen? Mais. Mais und die ersten Nudeln von heute Mittag. Und jetzt habe ich hier Milagessenart Tatsikite gemacht. Das ist kein Joghurt. Stehen zwar drauf. Das ist Supreme Quark und Kräuter Quark gemischt in einen Teimer. Dann mache ich öfter Soße. Dann machen wir ein paar Gewürzen da rein. Wenn ich was Barbecue Soße oder was ich zu Hause habe. Und dann mache ich eine leckere Tatsikite oder eine Soße. Ein Joghurt Quark. Supreme Quark. Kräuter mischen. Und das war in mir hier in See.